herzlich willkommen zu mw2 mit kelle im multiplayer challenge wer macht die meisten kills mit der ump auf wasteland ich merke gerade wir haben die falsche waffe für die Fortschmacht aber egal ja wir hätten vielleicht auch mal die Sniper nehmen können aber ich habe ja die Hälfte nicht spielen können ja aber das ist sehr hoch verloren das ist ja auch nicht ja auf jeden Fall als klar Uhr bevor auf die Salle Köln hat kann lustig werden keine Knie nix ich glaube ich so zu erinnern reist du eine die jeweiligen haben es aber auch als verfickte der jahre welch geschossen dann lieb ich habe keinen ich auch also halt doch der Maul ja der Sitz der mit G18 Akembo ich wollte schon sagen, er hat ihn geschützt, aber der ist dann der Gatling oh man, dann kämpft Alex mit dem M.D. da oh man, ey, dann kämpft er da mit der R.P.D. na, sei er oh Gott, ey, das war aber nicht Alex, das war noch ein anderer oh, Alex kann nichts ohne Spaß-Kollektiv-Schlucker-Modus oder was weiß ich Nimmst du! mach Mech! oti Bush, hey! Drecksuhrenkind Kamal, Alter na kann das so mixture Ocaaohh liegt ja auf'n Boden mit tun heut dryer Sie selber noch bot nota Scheiße Scheiße Meister ich ihm kein Ton wieder hat man hätte schon wieder umgepackt er kaufte Neuss ich hab was für Geld Alter meine Fresse die sind dann nur am Campen auf jeden Fall das ist natürlich jetzt schon von hinten hat ja gut funktioniert oh ne wie der Ambush oh sitzt er da mit der RPD und ist am Hackgletschen Alex das größte Noob den ich je gesehen habe in diesem Spiel was die Achtzehn ich finde auch Alter wird hier erst mal fett durch die Wand gesprayt so dass er Scheiße erpickt die Kinder ohne Spaß ich finde ihn irgendwo gegner mann wo sie sich... oh mann Scheiße auf Alter und da dreht sich die Maus nicht weiter weil die scheiß Tastatur im Weg ist dann pack die Tastatur woanders hin oh halt einfach die Fresse ja keine Mutti boah ne der Wietkug ne wo das passt ich sehe die Gegner auch nie ey weißt du ich sterbe einfach instant Alter wo ist boah ne dieses Spiel Alter ohne Witz und diese schwulen Gegner ey oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja nice nice ja kattelton nice kibin ah ja stop krim nice g18 camper kann nix der Junge kann nix hinter dir eigentlich Alter wie der sich teleportiert hat unrealistisch ey ich hasse das Game ohne Spaß man jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Tage nur noch CSGO zocke ey weil dieses Spiel einfach scheiße ist noch ein Kill Alter ich diese RPD Kinder ne die gehören alle vergewaltigt ich hasse sie ey meine Fresse nervt mich das ey fuck oh ne Alex drecks wo denn oh da hinten im Busch wieder alter ich höre was das ist so eine Drecks Map ne ist okay boah ey ohne Spaß ey ich weiß ja je du bist schlecht boah halt die Fresse jetzt tut mir leid ich hab auch nichts für das du scheiße bist jaaa sitzt da immer noch im Busch natürlich die man ey was ein armes Volk ey jaaa liegt wieder irgendwo einer läuft oh auf ach scheiße das Secondary darf ich ja nicht nutzen meine fresse ohne spaß seit zwei drei minuten kein kill mehr gemacht hatte zehn kills da dass du noch acht jetzt hast du zehn kills mehr als ich das ist richtig nein komm du bobby weiter barrett herr mal g18 akimbo läuft bei seiner kombi und g18 akimbo als secondary damit man auch was trifft läuft bei ihm mehr headshots kann er ja nicht fressen diese rpd kinder ich hasse das ist das ist glaube ich das traurigste gegner team was ich je gesehen habe ist gar nicht nur am head gletscher spielen die letzten drecksklassen und abcampen sind sie auch eben haben sie aber nicht ich würde ja noch fehlen wenn die sowas besitzen würden kann ich mir schon mal hervorreden ja er kommt mit g18 um die ecke alter und schießt schon vor stop kürm ist tatsächlich ein hacker der volk und spaß ja er ist damit pille ich glaube du hast verloren und dann sitzt dahinten wieder einer mit m21 thermal ohne spaß können die leute gleich nix ja ich bin tatsächlich ohne spaß das ist richtig irgendwie äh traurig 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 oh 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 die messer ist ja lauf nicht ich hab zahle sein geh joo nice killstealing boah das wär bei battlefield wieder so 99er gewesen ne boah ohne spaß den hat nur noch eine flash gekillt ah gefehlt ne und dann kommt ein gegner äh dann kommt ein teammate an und meint den anpusten zu müssen ja komm drecksmap drecksgegner ohne spaß du hast die messer ist das nicht schlecht hm wir wollen ja auch gut die gut die dinge ins geklaut ja ii dir fehlt einfach die kompetenz um den gegner zu töten ja halt die fresse ja bis zum nächsten mal haut rein kelle ist ein noob ja 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 ja